Aber 6-3-Kinderaugen sind die schönste Belohnung, das war mir mein größter Lohn, egal ob ich mit ihr gemalt habe oder ob ich Kinder geschrieben habe. Und ich war natürlich auch ganz fasziniert, wie sie war und toll, und sie hatte das erste Buch von der Uschi auch schon gekannt und war natürlich dementsprechend fasziniert und ganz toll. Die Uschi hat Leonie eine Widmung hergeschrieben, wobei sie in jedem Buch eine Widmung hat. Nein, nicht ganz, das soll ich gleich korrigieren. Ich habe also eine limitierte Auflage von 1000 Stück und die ersten 100 werden von mir mit einer persönlichen Widmung. Also da lasse ich mir wirklich etwas einfallen, da habe ich eine Textpassage, die ich ausgeschrieben habe und noch eigene Gedanken. So widme ich denn, das sind die ersten, die ich widme, das ist für mich eine Widmung, das ist keine Signierung, also ich haue da nicht nur einfach den Servus an und sage, hallo und herzlich willkommen und dankeschön, sondern wirklich, das geht dann wirklich um eine schöne persönliche Botschaft. Manchmal ist ein Name dabei, manchmal nicht, je nachdem, wie man es bei mir denn noch möchte oder noch ein bisschen mir sagt, kannst du mir nicht für diesen und diesen Namen denn noch was schreiben, das berücksichtige dir denn. Aber es sind nur 100 Stück. Ok. Deshalb. Untertitelung des ZDF, 2020